Okay, äh, ja. Wollen wir weitergehen? Also bis jetzt war es harmlos und dann kommt dieses Face da und das Bam. Ja, man denkt, das Spiel ist eigentlich recht langweilig und keine Ahnung. Ja, also bis jetzt war es... Oh, Knapsgeräusch und... Wollen wir jetzt dahinter gehen oder da lang? Dahinten waren wir doch schon. Ah, da war ja dieser zugeflossene... Dann haben wir keinen weiteren Spiel. Doch, wir haben jetzt... Washroom. Ja, ja, ja. Genau. Das ist irgendeine Waschküche. Oh, jetzt warte ich die ganze Zeit wieder drauf. Oh, jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst. Also ich bin gerade so dermaßen erschrocken. Nein, guck mal raus. Ich muss dann heimlaufen. Ziemlich dunkel. Ich komme mit. Ich habe Angst, die Tür aufzunehmen. Ich höre dann einfach five seconds auf Samuel. Die helfen mir. Dann geht's. Oh Mann, wir hatten jetzt schon zwei Schlüssel. Geht's so hin? Nein, da. Was im Sack ist, oder? Ja. Okay. Dann jetzt die andere Tür. Also, so bin ich noch nie erschrocken. Also, ich dachte wirklich, das ist wieder hinten so ein schwarzes Teil zu sehen. Ja. Ich habe jetzt erst eins gesehen, ne? Ja. Ich habe Angst. Demnliches Spiel. Ich renne jetzt die ganze Zeit. Ernsthaft? Es geht hier noch das Licht aus. Ich sehe doch schon so nix. Das? Okay, jetzt mal da. Also, beim Laufen spinnt es manchmal ein bisschen. Das ist nicht schön. Ja. War das hier offen? Das Zimmer? Ne, das war zu. Das muss es jetzt sein. Sicher? Das war nicht viel erschrocken, ja? Das war zu. Gleich passiert was. Gleich passiert was. Gleich passiert was. Ich gucke, oder? Der ist in Washroom. Noch eine Kindergrippe. Hallo? Oder was? Hallo? Tür geht's? Warte. Du kannst nicht mehr zimmern. Ähm, gehen wir da zu dem. Wie viele solche Schaukelpferd? Ist das ein Teddy? Die Tür ist durchgegangen. Ich kann mir da nicht laufen. Hier? Eine Waschmaschine ist da direkt einer. Kann ich die auch noch? Ja. Oh, scheiße. Ich will da nicht nach Hause laufen. Kann ich hier übernachten? Es sind Ferien. Ja. Du weißt, wir haben trotzdem alles. Ja, aber guck mal. Wenn ihr schlüsselt, dann muss ja auch irgendwas sein. Ja, hier ist nix. Kann ich das nicht? Das reagiert, aber auch im Mund bleibt. Alter, will ich den Tasten drücken? Ja. Ja, kann mir das das selbe schieben? Sieht aus wie ein Spinn. Was ist das? Warum habt ihr nicht eine Babywiege? Kann ich das nicht? Ne, eine Waschmaschine und dann hier irgendwelche. Die verheimlichen bestimmt irgendwas. Das sind bestimmt die mit voll den Mörbereltern, die hier irgendeinen Exorzismus betreiben. Was? Na, guck doch mal, hier sind alles Monster am Boden. Wir müssen jetzt den Boden absuchen. Welches Kind hat einen neuen Teddybären? Da ist was da neben dem. Das sind Schuhe. Da ist ein Schlüssel. Das ist ein Scherer. Das ist ein Schlüssel? Ja. Jetzt hat er noch einen Schlüssel zweifel. Wie ein Schlüssel? Oh Gott. Wir müssen jetzt wieder dahinter, ne? Oh nein, da ist ein Rollstuhl. Aber was ist das? Der war vorher noch nicht da. Ne. Ich will nicht hingucken. Woher läufst du? Die Tür hat sich von selbst geschlossen. Das macht es schon mit meiner Zeit. Gehen wir hin? Ja. Oh Mann. Kann ich da reinsetzen? Warum zur Hölle steht da jetzt ein... Okay, wir gehen wieder zu der anderen Seite. Komm, bist du der böse Opie. Was? Wenn mich das Spiel jetzt schon so irgendwie... Schau doch. Wie wird es dann im London Dungeon? Oh mein Gott. Da ist bestimmt ein Brückbord drin. Oh nee. Okay, dahinter, ne? Das war die letzte Tür. Ah, den Schlüssel... Ist der schon überall lang gelaufen? Ja, ich denke schon. Aber den Schlüssel, das hätte ich fast nicht gefunden. Das... Das neben den Schuhen... Aaaaaaaaaaaaahhhh Oh man! Ich... Aaaaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaah Oh man! Das ist aus wie eine Vogelscheule! Ich will nicht nach Hause! Es klackert das Licht! Sollen wir? Ja! Hallo! Sollen wir drehen? Ja! Ja! Dann geht der Raum! Warum ist der Tisch umgeworfen? Jetzt schon die Küche. Und ein Küchenmesser. Was ist das für eine Küche? Ganz schön groß. Wie viele Teddybären haben wir? Vier? Vier. Drei oder vier? Vier denke ich. Und das Spiel ist jetzt schon so. Und uns fehlen noch fünf Teddybären. Fünf. Fettes Kind. Die Türen gehen auf uns selber zu. Hm. Wollen wir noch nix? Warum erinnert mich die Spiegel gerade an Paranormal Activity? Warte, da war gerade was. Oder? Ist das Fernseher? Oder ist das Fenster? Ich dachte, hier unten liegt was. Hab ich auch gedacht. Guck mal da. Links. Da ist nix, ne? Nee. Du hast n' Erdbeben? Ja, das war grad. Ne? Oh, ich will das Spiel nochmal spielen. Ich, ich wundere mich. Der Stuhl steht auf dem Kopf. Und dann... Jetzt kann man noch weniger sehen. Ich seh nicht. Nein, das ist wirklich ganz, ganz mies. Ganz mies. Ganz, ganz mies. Was ist denn das da? Ist das ein Fernseher oder ist das Fernseher? Nein, ich weiß ja nicht. Ja, ich seh nichts. Super. Echt. Da liegt irgendwas. Was ist das? Was ist das? Siehst du das? Es flackert. Nein, es ist nicht wahrscheinlich was unten durchstrahlt. Was ist das? Das schlupft Wasser. Nee, das ist mir nicht. Sicher? Das ist die Tastatur, glaub ich. Hä? Oh. Oh, danke, Licht geht wieder an. Okay, das fand ich jetzt. Bewegungsmerk. Ich will mich nicht... Da ist n Teddybär. Nein, ich will den noch nicht aufhebeln. Denkt der Teddybär? Nein! Nein, hör auf dich zu bewegen. Ja. Ich hab Angst, dass wir so im Gesicht kommen. Der Kühlschrank. Okay. Der Kühlschrank liegt auch so... Was ist das der Kühlschrank? Das ist der Kühlschrank, siehst du das nicht? Ach so. Okay. Fangen wir da durch? Ah, da durch? Nein, die Quetschung ist jetzt nicht durch. Oh. Dieses Kind. Das können wir unter dem Tisch durchkappeln. Das könnte wohl in die Kiste durchschieben. Ähm... Wichsel? Ja. Nein. Gleich passiert wieder mal an. Ich will nicht. Ja, eigentlich kenne ich rechts und links laufen, aber ich laufe stur geradeaus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich will nicht. Gucken. Da, was ist... Ist das eine Lampe? Ja. Das sieht aus wie ein Auge? Ja. Ich glaube das ist eine Lampe. Hier passiert jetzt wieder was. Definitiv. Ganz sicher. Ich gucke weg. Nein, ich gucke nicht. Guck mal nach links. Ach was? Nach links! Zu dir! Nein! Ach so. Da liegt was. Was ist das? Das ist ein Teddybär. Noch ein Teddybär. Wie soll denn das Baby da rankommen? Na, jetzt. Hä? Okay. So, der sechste Teddybär. Und wir wollen jetzt schon nicht mehr spielen. Soll ich mich umdrehen? Warum ist das... Äh, da steht was. Da steht was. Bei... Bei... Was? Bye-bye. Noch was? Ist das eine Quietscheende? Was? Das sieht aus wie eine Quietscheende. Nee, das ist eine Hand. Was steht da? Bei... Bei... Mama! Mama! Gott! Alter! Da liegt was. Wo? Nee, du. Ich bin aber... Ja, wir sind jetzt in jedem Raum gewesen. Wo sollen hier noch Babys sein? Äh, Teddies. Teddies! Teddies! Keine Babys. Halt, stopp! Vor allem, wo ist der Fernseher? Da! Komm mal mit dir! Ich dachte, hier war ein Fenster oder so. Ach, da hinten, die Wand, die flimmert so. Das sieht wirklich aus wie ein Auge. Hm. Okay, du... Willst dein... Äh, was wird das? Aber wo soll denn jetzt hier noch ein Teddy sein? Irgendwie, immer wenn irgendwas groß ist, friert's mich. Hm. Ich hab eiskalte Hände. Ich auch. Was ist hier in der Küche? Und Gänsehaut. Aber das kennen wir ja. Der Stuhl, dass der so hell ist, logisch. Ganz logisch. Ähm, ich will jetzt nicht mehr raus. Ich will jetzt nicht mehr raus. Da steht was. Ach nee, ist der Stuhl. Ach nee, ist der Stuhl. Was macht denn das Baby für Geräusche? Voll die finstere Lache. Steht der Kühlschrank? Ach nee. Was ist denn da? Zweiter Kühlschrank. Okay, gehen wir da raus? Äh... Ach, wo waren wir jetzt noch nicht? Na, gucken wir mal. Uns ist vorhin auch noch was passiert. Vielleicht ändert sich... Gehen wir mal ins Tier in das Zimmer? Der Rollstuhl ist ja auch noch mal irgendwie neu. Ah, ich will nicht. Ich gucke auch noch mal auf den Kühlschrank. Auf den Kühlschrank, ja. Auf die Tür. Genau auf dem Bild. Oh mein Gott. Was ist das? Das Fenster war so groß. Ja, jetzt bist du bestimmt wieder mit gleich was. Da hin bis. Warten... Ah nee. Oh, schon halb sieben. Oh, wieviel Teddys haben wir? Äh... Bricht das Haus jetzt hin? Zusammen? Hm. Was soll die Scheiße? Lass das Haus in Ruhe. Oh Gott! No! 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 Ach du Scheiße, der trägt Ketten mit sich. No! Es geht nicht! You got caught. Richard, nein. Scheiße. Was, warum sind die jetzt? Hallo, der war noch nicht mal bei uns. Ja, also wir wurden jetzt von irgendeinem satanischen Stier. Gefangen genommen. Genau, der hatte Ketten dran. Es war irgendwie komisch. Was? Ja. Ja. Okay. Sechs Teddybären geschafft. Zweifelleistung. Finde ich gut. Fürs erste Mal spielen. Fürs erste Mal, genau. Nicht schlecht. Aber an sich könnte das Spiel ein bisschen mehr Helligkeit betreuen. Ja, es ist zu dunkel an manchen Stellen. Also dunkel ist natürlich gut. Es ist ja ein Horrorspiel. Ja. Aber dann vielleicht irgendwie eine Taschenlampe oder so. Ja. Obwohl es ein Baby ist. So eine Taschenlampe im Kopf bin. So eine GoPro. Mitten auf Mittag. Unser Fazit? Ähm. Ist eigentlich schon ein ziemlich gutes Spiel. Ja. Also definitiv. Mit vielen Jugmomenten. Ja. Aber es merke wirklich an Helligkeit. Es könnte mehr Helligkeit betragen. Weil man wirklich. Die Schlüssel. Sie haben ja jetzt nur durch Zufall gefunden. Und die Teddybären eigentlich fast auch. Ja. Also die Schlüssel, die waren fast zu schwer zu entdecken. Aber ich weiß jetzt nicht, was wir alles übersehen haben. Ich schätze mal schon einiges. Und dann kam ja plötzlich so ein Stier angereilt. Und das Problem ist auch noch irgendwie. Entweder hängt es an dem Spiel oder an der Tastatur. Aber es ist manchmal nicht dran, das Baby. Genau. Die Steuerung ist. Irgendwie zu viele Tasten. Ja. Ne? Mal Q. Wie was war es? K. Und mal G. G. Und N. Shift. Alles. Also Shift und so. Das ist ja gut. Aber zum Aufheben irgendwie fünf verschiedene Tasten. Ja alles. Das ganze Tastatur. Genau. Aber sonst gutes Spiel, gute Schockmomente. Wir sind oft erschrocken. Ja. Ja. Also wir finden sowieso alles ein bisschen gruselig, glaube ich. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Yeah. Dann tschüss. Tschüss! Vielen Dank.